Herzlich Willkommen hier Knifftner draußen zum neuen Model Comment Video. Ich musste jetzt gerade überlegen, welcher Part das ist. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der sechste Part. Und es geht los mit Shinnok, den ich... Oh, den hasse ich ja, ne? Den hasse ich wirklich. Warum? Der war ja immer ein Bösewicht. Warum sollte ich ihn also mögen? Das war mein älter Gott, aber er wurde verstoßen, weil er zu viel wollte. Deswegen kann man ihn auch nicht töten. Ich hasse ihn. Eigentlich. Ich hasse ihn. Ähm, gut. Ermac war, ist ja auch eigentlich ein Böser, aber in Mortal Kombat Armageddon wurde er mal gut. Also ist er zur guten Seite gewechselt. In Armageddon? Armageddon ist doch der... Ne, war der achte Teil, ne? Wer fürchtet einen blinden Sterblichen? Jemand, der ihm nie gegenüber stand. Okay. Wollen wir jetzt gucken wieder? Oh, er wollte gleich zuschlagen. Er will gleich zuschlagen. Ey, ruhig bleiben. Ich gucke gerade. Ähm, 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 ähm... Oh! Du machst das mit Absicht, du Pinner. Nein, das mach ich nicht. Oh, ich hasse dich so sehr. Das machst du doch mit Absicht, das mal. Weißt du? Weißt du, du wirfst hier mit Wasser rum? Andere Länder haben nichts. Das ist richtig. Ah, du asozialisch, du Scheiße. Oh, nice. Okay, cool. Verkackst. Warum können wir da gerade nichts machen? Hä? Ich kann... Hä? Was denn? Achso. Ja, ich bin gerade extra nach hinten gegangen, weil ich dachte, du willst was ausprobieren. Du bist so ein Assi. Nee, ich konnte gerade... Ich konnte... Ich wollte den dreimal machen bei dir, aber er hat nie reagiert. Ja, okay. Ich werde so eine Bitch-Slepp kassieren, ja? Ich gucke mir gerade die Kombos an. Das mache ich auch immer. Aber ich krieg's dann nicht ganz geschissen. Weil ich aber auch dabei lenke. Jetzt hab ich's gerade gecheckt, wo mein Fehler ist. Was? Au. Na, das war's. Nein. Oder? Oder, oder? Äh, äh, äh. Der Beste von Kenshi. Ja. Der Zeit-Loop-Move. Den finde ich auch am besten. Puppet ist ja auch ganz gut. Finde ich ziemlich lustig. Ja, hier dieses Stück Zunge. Aber der ist am geilsten. Das Stück Zunge ist schon ganz nice. Ja, aber Puppet ist geil, wenn du dein Rückgrat rausdrückst, du an diesen letzten Fädchen hängst und er sie einfach durchschneidet. Kenshi ist ein kranker Bastard. Ist er. Das macht er jetzt, wenn du blind bist. Er vertraut keinem Blinden. Oh, danke, Alex. Bin ran aufgestiegen. Gern geschehen. Aber es ist mir eine Ehre gegen die Großmeister zu verlieren. Ja, 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 ja. So groß ist er gar nicht, der Meister. Ich merke ja, dass ich mal besser war. Gamer, Trim, Lippa. Hör mal, hab ich noch nie gespielt. Deswegen safe Sieg für dich. Bin ich nicht so... Aber es macht Spaß, auch wenn ich mich nicht so anhöre, weil manchmal, ich glaube, du kennst das, wenn du denkst, ey, eigentlich hättest du gewonnen, wenn da nicht so eine schwule Scheiße dazwischen gekommen ist. Ja, wie mit Jason, Digga. Was ist das? Ja, das mit Jason war krass, ne? Da hattest du mich tierisch im Sack eigentlich. Oh, ah, Moves angucken, Moves angucken. Ich verlasse den schwarzen Drachen. Okay. Hast du? Ja, ja. Oh, Alter, Kano ist super krass. Oh, ist er langsam. Was kann er noch? Oh, ich hab gar nicht geguckt. Wer ist das? Wie heißt dein Typ? Trammer. Den kennen wir nicht. Das ist der, der gerade richtig auf den Sack gekommen ist, von Mr. Wilson, Alter. Stoppen. Klack. Aber coole, coole, coole Moves. Alter, richtig coole Moves. Muss ich ja mal sagen. Nee, noch nicht. Fehlt noch der Kano-Ball. Oh, verdammt. Okay, das war, das war schwul, Alter. Dass du am Boden niemanden treffen kannst. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ist so langsam, aber... Dafür hat Kano echt lahme Beine. Ist egal, Alter. Seine Moves von Trammer sind einfach super langsam, Alter. Du kriegst mich zündig. Nein, wollten wir beide zur gleichen Zeit, die Scheiße, Mann. Okay, komm, das ist nice. Ja, ja, ich find ihn auch so nice. Aber jetzt rufst du langsam. Dann rufst du auch. Das kann nicht wahr sein. Ja, fick dich, werf mich selber. Scheiße, 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 scheiße. Äh, äh, äh. Boah. Oh, das ist der Beste. Findest du? Weißt du, dass ich mal geil finden würde, wenn sie die Gedärme rausnehmen würden und den erwürgen und dann schon Knoten rum. Das wäre nice. Ja, das wünsche ich mir aber, seit ich das erste Mal im Auto-Comet gespielt habe. Dass mit den eigenen Gedärmen jemand erwürgt wird. Ich weiß gar nicht, ist das möglich, Alter. Ja, klar. Weiß gar nicht. Johnny Cage. Ach du Scheiße, als Kommando sieht der ja voll schwuchtelig aus. So, muss ich überlegen, was war... Wird A-Promi nehmen. Das ist das Beste. Ja, ich denke, dabei werde ich auch bleiben. Hier ist Johnny. Johnny's Fatalities sind supergeil. Beide. Hier ist Johnny. Hier ist Johnny. Hier ist halt einfach super lustig, wenn er sich da auseinanderreißt und sagt, hier ist Johnny. Johnny. Wie läuft's, Lulu? LULU. Bedenke, mit wem du sprichst. Sorry, Mr. Lulu. Ich würde Johnny zu... Ach, komm. Es gibt aber doch auch den Hohen. Bin ich blöd? Ah, das ist der Hohen. Alles klar. Boah, ich kann mit Blue Kang gar nicht, Alter. Ich finde den zum Beispiel am besten. Ich spiele am liebsten mit Blue Kang. Hier, wenn man euren Bein bringt. Man kann das aufladen? Habe ich gerade auch zum ersten Mal herausgefunden. Hä? Ich hab... Ich hab geblockt? Das ist richtig. Ja, okay. Tracks game. Absolut. Farming Simulator ist tausendmal besser. Hä? Was? 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 Ach, fick dich. Er übertreibt doch keinen Schlick, Alter. Gibt es eigentlich Tekken für den PC? Ich glaube nicht. Nur über Emulator. Hä? Yo, okay. Da habe ich auch keine Schnitte gegenlegt, ey. Ja, okay. Du befindst mich mit Motoren, Alter. Knorkel. Ich krieg den Move nicht mehr hin. Alter. Einzige Möglichkeit, aus so einem Loch rauszukommen, ist echt nur mit einem Wurf. Oh, was war das denn? In der Luft gerade. Das war ein ganz komischer... Das finde ich nochmal. Alter. Das wird eine hänge Kiste. Das wird eine hänge Kiste. Aber wie mit einem C, einfach so... Okay. Ja, okay. Krass. Oh, fuck. Ja, okay. Wir standen gleich weit auseinander. Alter, geschafft. Ja, gut. Nein! Falsche Taste! Nein! Ich würde das aufnehmen. Ja, haben wir auch gemacht. Behinderd, Alter. Oh, das war hart zum Ende, echt. Das war richtig hart. Richtig räudig. Wir standen gleich weit auseinander, aber du kannst mich greifen, wenn du längere Arme hast. Wahrscheinlich, weißt du, so kleiner Chinese. Weißt du, die müssen nur eng am Tisch sitzen und Markenschuhe nehmen. Ja, meine Freunde, schon wieder ein Video zu Ende, wenn ich da richtig gezählt habe. Und es warten auf eins, zwei, drei. Aaron Black, Liu Kang, Ermec. Ja. Drei, drei. Ja, und Goro habe ich. Beim letzten, beim letzten. Ja, aber du kannst trotzdem spielen, hast du ja auch Predator nicht, oder nicht? Doch, Predator habe ich, komischerweise, aber ich kann Goro nicht auswählen. Obwohl ich Early Access Scheiße hatte. Ich glaube, da habe ich mal hingeschrieben, aber ich habe den nie freigeschaltet gekriegt. Und ich sehe nicht, einen 5 Euro zu bezahlen. Mein nicht. Ja. Ja, gut, dann kannst du ja im letzten Part, warte mal, eins, zwei, drei, im letzten Part vier kämpfen machen. So machen wir das. So machen wir das. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und bis dann. Tschau.